Dann habe ich am Tag nach meinem Geburtstag, wo ich mit meiner Freundin noch zusammensaß, wir haben gefrühstückt, klingelte dann das Telefon. Und da war dann die Klinik aus Düsseldorf dran. Und meinte dann, wir wissen, was es ist. Sag ich, okay, was ist es? Sie haben Krebs. Ich denke, alle Tumormarker sind in Ordnung. Wie Krebs? Sagt sie, ja, es ist ein neuroendokriner Tumor. Mehr kann ich Ihnen auch noch nicht sagen. Das ist das, was wir gerade von der Pathologie reingekriegt haben. Sagt sie, wir haben es. Einen wunderschönen, großartigen, schönen guten Morgen oder guten Tag oder guten Abend oder auch gute Nacht wünsche ich dir. Hier ist dein Marc, Marc Chaboutier, alias Knochenmark, zu diesem Podcast, das Leben lehrt. Und heute habe ich wieder einen wundervollen Menschen hier, einen meiner Rechten zu deiner Linken. Und das ist die liebe Silke Grutters. Schön, dass du mit dabei bist, Silke. Hallo Marc, ich grüße dich. Wunderbar. Ich freue mich. Mal gucken, was draus wird. Ja, ich freue mich auch extrem. Und für dich da draußen, weil du dir gerade die Frage stellst, ja, wer ist denn die Silke? Was nimmt sie denn mit? Sie nimmt eine ganz, ganz spannende Geschichte. Silke kenne ich von der Masterclass. Sie war bei mir bei der Masterclass mit dabei und habe da eine Person kennengelernt, die so mental stark ist, wo ich mir gedacht habe, wow, und so eine krasse Geschichte, was sie uns an der Masterclass teilweise so ein bisschen erzählt hat, habe ich mir gemerkt, also gemerkt, es muss unbedingt in einem Podcast-Interview erzählt werden. Und deswegen ist Silke heute da. Und wenn du die Frage stellst, was hat denn Silke? Silke hat, Mensch, ich habe es mir aufgeschrieben, das ist gar nicht so einfach, ein NET-Tumor. Was heißt denn NET-Tumor? Das heißt, ohne abzulesen, ein Neuroendokriner-Tumor. Silke, ist das richtig? Du hast super gelernt. Jawohl, genau. Also ein Neuroendokriner-Tumor hat Silke seit einigen Jahren. Und was das bedeutet, denn heute ist ihr Tumor auch metastasiert, aber sie ist noch da, sie lebt. Das ist richtig. Und ich habe das auch noch eine ganze Weile vor. Hörst du gerade schon raus. Das ist ganz spannend. Also bleib auf jeden Fall dran. Wir werden, ja, wir sind innerhalb von 20 Minuten, wenn wir auf die Diagnose zu sprechen kommen, zunächst mal. Wenn du dir schon mal Interviews angeschaut hast oder angehört hast, weißt du, dass wir jetzt mal in die Vergangenheit von Silke mal eintauchen werden. Wir werden mal Silke kennenlernen, wie sie groß geworden ist. Silke, nimm uns doch mal mit. Wir wollen dich kennenlernen. Wie bist du groß geworden? Als Kind, als Jugendliche? Wie warst du so als Mädchen? Wie war ich so? Ja, ich bin jetzt, ich sage mal, Tatum heute 50. Ich bin also im Jahrgang 71. Bin ein Kind des Ostens, also bin in der ehemaligen DDR geboren. Und habe dort, wie ich immer wieder sagen würde, eine, trotz allem entgegen anderer Aussagen, sehr unbeschwerte, glückliche Kindgeist gehabt. Also war für mich völlig in Ordnung. Ich kannte es ja auch nicht anders. Und habe später erst festgestellt, was doch in dieser Zeit passiert ist, dass es also doch eine Einwirkung oder Auswirkung auf mich hatte. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt war ich ein glückliches Kind. Also wir hatten eine normale Familie. Ich habe einen großen Bruder, der ist fast zehn Jahre älter als ich. Mein großer Bruder, auch heute noch, der mich also beschützt, der immer für mich da ist, der mich also abgöttisch liebt und nicht ihn. Also von der Seite her, wir waren eine normale Familie, ganz normale Familienverhältnisse. Meine Mutter und mein Vater sind arbeiten gegangen. Alles war gut. Kindergarten, Schule, alles eigentlich problemlos. Also es gab keine größeren Ausreißer, Highlights oder irgendwas. Also das war normal, würde ich sagen. Normale Kindheit, glückliche Kindheit, ohne irgendwelche, dass ich jetzt sagen müsste, da war irgendwas so richtig massiv, was mich Einfluss geprägt hat. Das Einzige war, mein Vater war viele Jahre im Ausland als, ich sage mal, als Monteur letztendlich. War dann also über eine gewisse Zeit nicht da. Und in der Zeit ist natürlich mein Bruder als mein Ersatzpapa im Prinzip auch da gewesen. Also der war dann derjenige, der mir gesagt hat, wo es lang geht. Ob ich das immer richtig fand und gut fand, weiß ich nicht. Er war ja letztendlich auch mein Bruder. Aber da fehlte mein Papa halt schon hin und wieder. Aber in unserem Wissen eigentlich eine sehr zufriedene, glückliche Kindheit gehabt. Also total einfach, total schön. Ja, kann mich nicht besperren. Wie können wir uns denn die kleine Silke vorstellen? Was warst du denn für ein Kind? Ja, ein Kind warst du eher aufgeschlossen oder in dich gekehrt? Wie können wir uns das vorstellen? Mein Vater hat immer gesagt, du bist unsere Sonne. Und ich glaube, das beschreibt es an vielen Stellen doch ziemlich genau. Kriege auch dieses Feedback oder habe ich damals bekommen, kriege ich auch heute immer noch, dass ich ein unglaublich offener, fröhlicher, optimistischer Mensch bin eigentlich. Überhaupt kein, weiß ich nicht. Also ich war lebensfroh. Ich habe viel, ja, wie man halt damals so groß geworden ist. Es gab nicht viel. Wir haben also draußen gespielt. Wir haben einen guten Freundeskreis gehabt. Wir haben viel Blödsinn gemacht. Klar, wie Kinder halt so sind. Ich war an vielen Stellen, wenn ich mich mal so dran erinnere, auch mutig. Für meine Verhältnisse, also aus heutiger Sicht, sage ich immer mutig. Ich habe viel ältere Freunde gehabt, die bei uns im Haus und in der Nachbarschaft wohnten. Wir hatten also auch, ich kann mich an eine Situation erinnern, im Winter, da haben die Jungs eine Sprungschanze gebraut, weil wir sind Ski gefahren. Damals gab es noch viel Schnee. Und haben eine kleine Sprungschanze gebaut und die sind da alle runtergeprettert und haben Skispringer gespielt und sind dann immer so drei, vier Meter geflogen. Und dann kommt ein kleiner Silke mit ihr einen kleinen Minischieß und hat gesagt, das kann ich auch. Und dann bin ich halt auch da runtergesprungen, ohne drüber nachzudenken, wie man halt so Kind ist. Ja, ja. Ich bin dann hinterher erschrocken, dass ich geflogen bin. Und habe mir gedacht, scheiße, was war das? Aber es war, also ich glaube, das beschreibt es ziemlich genau. Also ich war da so offen geguckt, was bringt die Welt, was kann die Welt. Hatte meinen Spaß, habe von den Großen gelernt. Nee, also ich war doch, das fand ich, also ich war, ja, unbedarft. Also das Leben war schön, muss ich einfach sagen. Wir sind dann umgezogen, da wurde es ein bisschen anders. Das war eine andere Schule, andere Stadt, andere Freunde. Das war dann anders, sage ich jetzt mal. Da bin ich ein bisschen verschlossener geworden. Das habe ich gemerkt. Das habe ich jetzt im Nachhinein so reflektiert. Das hat doch ein bisschen einen Einschnitt gehabt. Es ging einfach darum, dass Kleinigkeiten, andere, also ich kam aus Thüringen und bin dann nach Brandenburg, Land Brandenburg gezogen und in die Stadt Brandenburg. Und die Sprache war schon ganz anders. Sollte man aber nicht glauben. Aber bei uns zu Hause gab es halt eine Fettbämme und da gab es halt eine Schmalzstulle. Und wenn du dann als kleines Kind auf einmal vor einem Schmalzstullenbasar stehst und denkst dir, was verkaufen die hier und du weißt nicht, wo der Hase langläuft. Also es war schon mal eine Veränderung, sage ich jetzt mal, die dann, ja, manchmal ein bisschen überängstigend war, weil du auf einmal nicht mehr wusstest, warum ist das so anders. Aber ansonsten, ja, habe ich dort meinen Sport gemacht, also meinen Spaß gehabt, Freunde gehabt. Das war eigentlich überhaupt nicht das Thema. Also Schule lief nebenbei, da habe ich mir eigentlich nie Sorgen gemacht. Das war, da bin ich gerne hingegangen. Ich habe was gelernt, ich konnte was lernen. Das fand ich immer cool. Also was lernen und was aufsaugen, das war meins. Das ist so, ja, nee, also eigentlich, wie gesagt, völlig tiefe, entspanntes Leben. Also von diesen, wie man so sagt, DDR-Einschränkungen oder so, habe ich ja nichts mitgekriegt. Ich war als Kind, machst du dir über sowas ja natürlich keine Sorgen. Du kriegst an manchen Stellen mal eine komische Reaktion deiner Eltern mit, kannst die natürlich nicht einordnen als Kind, aber dementsprechend hast du es dann auch wieder vergessen. Also das sind, glaube ich, so Sachen. Ich weiß, hat einen schlechten Tag, machst dir keine Sorgen. Hast du da in deiner Jugend auch, gerade vielleicht vielleicht, also wie alt warst du, als ihr ausgezogen seid oder umgezogen seid? Acht. Acht. Und dann seid ihr auch dort geblieben, Brandenburg? Ja, relativ lange, zehn Jahre knapp, ja, und sind dann wieder umgezogen. Also wir haben so ein paar Stationen gemacht, immer berufsbedingt von meinem Vater, sodass dieses, wie viele es heute auch sagen, also dieses Heimatgefühl, das fehlt mir so ein bisschen, weil wir halt an vielen Stellen irgendwo zu Hause waren. Also da, wo ich mich wohlfühle, war auch so meine Heimat. Aber wie manche, die dann wissen, wo sie hingehören, das fehlt mir, glaube ich, manchmal so ein bisschen. Ja, verstehe. Hast du da in der Jugend zu der Zeit irgendwie eine Leidenschaft gehabt? Du sagst, ey, das war etwas, was ich so, so gerne gemacht habe als Kind. Das war mein Hobby, meine Leidenschaft. Jede freie Minute habe ich versucht, da irgendwie damit zu bringen. Also ich habe leidenschaftlich gerne Tennis gespielt. Bin also an der neuen Schule, meine Klassenlehrerin, die war im Tennisverein und die meinte, Mensch, sag mal, willst du nicht irgendwie Sport machen, weil ich irgendwie, wie gesagt, neu war? Und ich sagte, ja, was könnte ich denn sagen? Dann hast du nicht Lust, noch mitzugucken beim Tennis. Dann habe ich gesagt, ja, kann ich ja mal machen. Und das war so meine Leidenschaft eigentlich, bis ich so 16, 17 war, bis wir wieder weggezogen sind. Da bin ich viel gewesen. Also wenn ich auch mal Stress hatte oder Ärger hatte, dann habe ich immer meinen Tennisschläger geschnappt und bin dann auf den Tennisplatz gefahren. Da gibt es so eine Wand, wo man im Prinzip mit sich alleine spielen kann. Und dann gab es auch mal so ein bisschen Schmackos und habe mich da so ausgetobt. Also das war, glaube ich, so mein Ausgleich für, wenn mal was schief lief oder wenn was, da habe ich mich abreagiert, sage ich jetzt mal, immer die Bälle gegen die Wand gedroschen, damit es einfach der Frust rauskam. Und das war aber auch schön. Also wir haben auch viele Meisterschaften, sowohl als Gruppe, also als Mannschaft, als auch einzeln. Ja, auch ein paar Erfolge gefeiert, wie man das so hat. Also es war schön, zwei-, dreimal die Woche zum Training am Wochenende spiele. Also das war so meins. Ja, ansonsten, ja, ich war ein bisschen kreativ unterwegs. Aber ansonsten, nee, Tennis war eigentlich so, das glaube ich. Ansonsten habe ich viel gelesen. Meistens auf dem Klo. Ich fand, nach Schule kam ich aufs Klo gesetzt erst mal. Ich hielte erst mal stundenlang, bis die Beine eingeschlafen waren. Wer kennt das? Wer kennt das, dass die Beine einschlafen? Ja, das kennen wir alle. Oder in der Badewanne und immer wieder heißes Wasser nachlaufen lassen. Also das war auch so meine Leidenschaft, Bücher lesen, ja, bis zum Abwinken. Ja, das waren so die zwei, glaube ich, wo ich so richtig, wo ich sage, das waren sie, ja. Schön. Und dann hast du gesagt, dann seid ihr wieder weggezogen und dann hast du kein Tennis mehr gespielt, oder was ist da passiert? Ja, mein Vater war am Prinzip im Ausland. Damals, wie man so schön nannte, nicht-sozialistisches Ausland. Er war also in Allgän, wurde immer alleine, weil, ja, klar, die Regularien des DDR-Regimes waren halt so, dass man wegen Fluchtgefahr natürlich da nicht unbedingt mit Familie hin durfte. Das war nur in Ausnahmen möglich. Also war im Prinzip meine Mutter immer mit mir und meinem Bruder alleine. Und dann ergab sich auf einmal die Möglichkeit, dass sie mitgehen konnte. Da war ich also 16 oder kurz bevor ich 16, also 10. Klasse fast fertig hatte. Da war mein Vater wieder zu Hause, weil das, was er damals aufgebaut hat, das war so eine Gieserei in Allgän, war fertig. Der Auftrag war beendet, er kam wieder nach Hause. Und alles war gut. Und dann auf einmal hieß es, er muss wieder zurück, weil die brauchen dort noch Unterstützung. Mitarbeiter mussten eingearbeitet werden und, und, und. Und da hat mein Vater gesagt, das mache ich, aber nur unter der Bedingung, dass meine Frau mit darf. Ich bin jetzt vier Jahre alleine weg gewesen, nur wenn meine Frau mit darf. Und das wollten sie natürlich nicht, gab es lange hin und her. Und zeitgleich war es dann so, dass ich also 10. Klasse fast fertig hatte. Und es ging darum, was mache ich nach der 10. Klasse, wie geht es bei mir weiter. Ich wollte unbedingt Abitur machen, ich wollte Medizin studieren. Hatte aber einen Vater, der leider kein Mediziner war. Und obwohl ich die Leistung hatte, also ich strebarmäßig, hatte also einen 1er Durchschnitt. Er ist. Ja, genau. Und hatte aber leider, es gab es bei uns in der Klasse nur zwei Abiturplätze. Und die haben halt zwei Jungs gekriegt, die zur Armee gegangen sind. Und die wurden also immer bevorzugt bedient. Dadurch konnte ich also nicht einfach so Abitur machen. Und da war ich also ziemlich sauer und enttäuscht. Und auch aufs System das erste Mal sauer. Weil ich gesagt habe, ich habe hier die Leistung, aber Leistung lohnt sich nicht. Weil am Ende kann ich ja damit nichts anfangen. Und dann hat man mich eigentlich, ja, ich hätte also Stahlwerker mit Abitur machen können. Oder Elektriker mit Abitur. Das waren so die Optionen. Optionen, die für mich nicht so wirklich Optionen waren. Also ich war nicht so der Technik-Mensch. Und da war ich echt sauer und habe gesagt, dann mache ich eben irgendwas anderes. Dann leckt mich. Ich war wirklich sauer. Und dann kam meine Mutter eben um die Ecke mit der Tatsache, dass mein Vater gesagt hat, er würde sie gerne mitnehmen. Und da hat sie gesagt, aber ich kann dich ja nicht machen. Was soll denn aus dir werden? Du bist noch nicht mal 16 oder bist gerade 16. Dann habe ich gesagt, okay, wo müsste ich denn hin? Und dann ging es darum, dass ich ins Internat soll oder ins Internat müsste. Meine Mutter wollte das eigentlich nicht. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns das doch wenigstens mal angucken. Du warst jetzt so lange alleine und ich wusste, wie doll meine Mutter und mein Vater sich das gewünscht haben. Dann habe ich gesagt, Mensch, komm, lass uns das Internat wenigstens mal angucken fahren. Dann haben wir uns das angeguckt. Und dann erzählte mir die Direktorin von dem Internat, weil ich gesagt habe, und wie funktioniert das jetzt? Ich bin dann fertig mit der 10. Klasse. Was mache ich denn? Ich meine, wo kriege ich dann hier eine Ausbildung oder was auch immer? Guckt sie mich an. Nein, sagt sie, das geht hier bei uns nur. Bei uns müsstest du Abitur machen. Ich müsste hier Abitur machen. Sagt sie, ja, bei uns musstest du Abitur machen, weil anders geht das ja nicht. Wie soll das dann funktionieren? Und da habe ich zu meiner Mutter gesagt, sage ich, Mama, du gehst, weil dann kann ich Abitur machen. Und das war dann die Schlussfolgerung. Dann ist also meine Mutter im Prinzip wirklich zum 1. September mit dem Vater nach Algerien gegangen. Und ich durfte dafür Abitur machen. Ich durfte also aufs Internat. Für mich ist es durfte, aufs Internat, weil ich dann da mein Abitur machen durfte, was ich vorher nicht hätte machen können. Und so waren alle wirklich. Also es war das Beste, was mir passieren konnte. Und auch für dich, dass du im Internat dann im Prinzip alleine warst? Oder wann hast du deine Eltern wieder gesehen? Du hast dich bestimmt immer mal wieder gesehen, oder? Also das war damals so geregelt, dass man seine Eltern einmal im Jahr sieht. Wow, krass. Also Besuch war nicht geplant, weil dann wäre die Familie ja schon fast vollständig gewesen. Dann war wieder Fluchtgefahr, bla bla bla. Also das hat man versucht zu unterbinden. Und deine Eltern mussten mindestens beide zusammen ein Jahr im Ausland sein, damit man im Prinzip als Kind sie besuchen durfte. Aber diese Regelung hat sich dann, während ich im Internat war, geändert, sodass ich dann es nach einem halben Jahr auf einmal urplötzlich einen Anruf kriegte von der Betreuerin, sage ich jetzt mal, die für mich zuständig war. Und die rief mich an, sagte, Silke, du setzt dich am Sonntag in den Zug, du kommst zu mir nach Leipzig, da stehe ich am Bahnhof, da unterschreibst du mir ein paar Papiere, siehst du, dass du noch ein Passportfoto irgendwo herkriegst, bis Sonntag hast du das. Sag ich, worum geht es, was ist passiert? Sagt sie, ja, weil nächste Woche Sonntag will ich dich in den Flieger setzen, du sollst zu deinen Eltern. Sag ich, wie, das geht doch gar nicht. Ich darf doch gar nicht. Sagt sie, doch, ich habe eine Lücke im System gefunden und du darfst. Und dann war das, dann bin ich, also habe ich mich da sonntags in den Zug gesetzt, bin nach Leipzig gedonnert, sie stand am Bahnhof, ich habe alle fleißig alle Dokumente unterschrieben. Dann hat sie gesagt, komm mit, hier ist der nächste Zug, mit dem fährst du wieder mit zurück. Und dann bin ich wieder zurück und die nächste Woche drauf saß ich im Flieger zu meinen Eltern nach Algerien. Und das war natürlich für mich, also, Palmen sehen, Wüste sehen, das war im Februar die Sonne sehen. Das war krass. Also, das war, das war so ein Erlebnis. Dann waren wir zu dritt im Prinzip dann in Algerien für 14 Tage. Das war so mein Highlight. Dann muss ich sagen, da habe ich das erste Mal gemerkt, da war ich dann gerade 17 geworden. Und habe dann das erste Mal gemerkt, oh, man, die Sprache, die ich da in der Schule die ganze Zeit gelernt habe, die kann man sogar nutzen. Weil ich meine, ich habe ja jahrelang Russisch gelernt und dann eben doch Englisch durfte ich dann auch lernen. Und dann stand ich auf einmal, wir waren dann in die Wüste gefahren, waren in so einem Wüstenhotel natürlich und es sprach mich so jemand an und ich dachte mir, ja gut, Deutsch kann er nicht, Arabisch kann ich nicht, Französisch kann ich nicht, wie viel verständlichst du dich jetzt mit dem? Und dann kam ihm daraus, dass er Englisch konnte. Und jetzt habe ich angefangen, oh Gott, Englisch, Schulenglisch, wie das halt so ist. Im Normalfall brauchtest du in der DDR das Englisch nicht. Wofür? Und da war auf einmal klar, wenn man eine Sprache kann, das funktioniert echt richtig cool. Also, dann kann man sich mit Leuten verständigen, dann kann man sich mit denen unterhalten, andere Kulturen kennenlernen, andere Menschen kennenlernen. Und da ist dann bei mir so der Gedanke gekommen, ey, Sprache ist so wichtig. Und dann bin ich hinterher in den Englischunterricht gegangen und hatte meine Motivation. Also, da war dann geklärt, warum ich eigentlich Englisch lernen muss. Das war total cool. Also, das war eine richtig schöne Zeit. Mein Bruder durfte leider nicht mit, weil dann wären wir ja wirklich als Familie vollständig gewesen. Und, also, das war ihm leider versagt. Aber ich durfte halt mit. Und dann, ja, bin ich wieder zurück ins Internat, habe mein Abitur gemacht. Und als ich das Abitur fertig hatte, sind meine Eltern auch im Prinzip wiedergekommen, beide. Okay. Das war total cool. War aber eine sehr intensive Zeit, diese, du warst von jetzt auf gleich auf dich gestellt. Ja. Mit 16, sage ich jetzt mal. Alles, was du von deinen Eltern brauchstest, es gab kein Handy, Telefon war nicht. Also, wir konnten sie jedenfalls nicht anrufen in dem Sinne, weil es ging damals alles über Satellitentelefon, was weiß ich. Und das heißt, wenn ich eine Frage hatte, habe ich einen Brief geschrieben und drei Wochen später kam dann im Prinzip die Antwort. Manche Fragen hatten sich dann natürlich selbst schon erledigt. Ja, 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 ja. Aber gut, dafür war dann mein Bruder wieder da. Also, der war dann eben an der Zeit auch wieder für mich derjenige, der dann eben die Fragen beantwortet hat. Ja. Du hast dein Abi gemacht. Deine Eltern kamen dann zurück. Wie ging es weiter? Ja. Das war bei uns in der DDR im Prinzip auch zentral geregelt, sage ich jetzt mal. Also, Medizin hatte man mir gleich gesagt, brauche ich gar nicht versuchen, habe ich keine Chance, weil ich habe niemanden in der Verwandtschaft. Es gibt keinen Grund. Die Plätze sind zu rar. Also, Medizin wird es nicht werden, obwohl ich das wirklich mal so mein Traum war. Und dann habe ich gesagt, okay, dann will ich irgendwie ins Ausland. Also, ich will Außenhandel studieren. Das war dann so meins. Ich habe das also natürlich kennengelernt, schnuppern gelernt, weil es mein Vater im Ausland war, was das bedeutete, dieses Freiheitsgefühl, was ich ja so nie vermisst hatte, weil ich kannte es ja nicht. Aber dann auf einmal hatte ich halt Luft, also hatte ich ein bisschen geschnuppert, was das heißt, so mal andere Länder oder überhaupt eben mal was anderes sehen. Und wollte Außenhandel studieren. Und dann war das bei uns, ich weiß nicht, im Februar oder so kamen die dann, die Direktorin in jede Klasse und habe gesagt, okay, folgende Leute haben den und den Studienplatz zugeteilt bekommen. Also, man konnte sich vorher bewerben. Und dann haben wir im Prinzip bis auf zwei Leute in unserer Klasse alle ihren Studienplatz gekriegt, den sie haben wollten. Und bei mir hieß es, du meldest dich später mal bitte beim Direktor nochmal, weil für dich haben wir leider keinen Studienplatz. Und da habe ich gesagt, okay, wieder mal nicht. Und bin dann bei der Direktorin, musste ich dann antanzen, weil die gesagt hat, ja, und es ging nicht. Und du hast leider keinen Platz gekriegt. Und was machen wir denn jetzt mit dir? Und la, la, la. Und da habe ich gesagt, bist du da was? Sorry, aber das ist mir zu blöd. Weil sie meinte, du könntest ja Lehrerin werden. Nein, ich will keine Lehrerin werden. Ich will definitiv keine Lehrerin werden. Und dann habe ich halt einfach, ja, eigentlich die Jalousien dicht gemacht. Also, sie fing dann an, mir alle möglichen Vorschläge zu machen. Und ich sagte, nein, will ich nicht. Ich will Außenhandel studieren. Also, entweder Medizin oder Außenhandel. Und da hat sie gesagt, ja. Und sage ich ganz ehrlich, wer hat denn die Studienplätze gekriegt? Ich habe ein 1er Abi. Ich habe wirklich einen Abschluss mit 1,0 gemacht. Mein Vater ist, ich sage mal, Stasi geprüft gewesen. Wir waren also im Ausland. Er war also da durch. Ich sage, wer hat die Plätze gekriegt? Ich sage, sorry, kann ich nicht verstehen, kann ich nicht nachvollziehen. Und dann wollte sie mir alles Mögliche machen. Und dann habe ich ihr einen dicken Finger gezeigt und habe gesagt, nö, mache ich nicht. Ich habe dann im Prinzip, mein Vater war dann zu dem Zeitpunkt schon auf Urlaub. Er hat gesagt, was mache ich jetzt? Und dann hat er gesagt, ja, müssen wir mal gucken. Und was willst du? Dann sage ich, das, was sie mir vorgeschlagen haben, jedenfalls nicht. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Und wenn Leistung wieder nicht zählt, dann mache ich was ganz anderes. Dann können mich alle mal am Tüffel tun. Und dann ging das irgendwie über zig Kanäle. Die Direktorin war total enttäuscht von mir. Sie hat gesagt, du kannst doch jetzt nicht einfach sagen, dann wäre ich halt Verkäuferin. Ich sage, doch, ist doch auch ein ehrenwerter Job. Ist doch alles gut. Ich sage, wenn ich das nicht werden darf, dann ist es doch auch egal, was ich werde. Wenn ich meinen Traumberuf sowieso nicht kriege, dann ist doch wurscht. Aber da war sie dann echt sauer auf mich und hat gesagt, aber du musst doch irgendwas studieren. Und du bist doch so gut in der Schule und das kann man doch nicht dein Potenzial hier liegen lassen. Ich habe gesagt, lasst mich das studieren, was ich studieren will. So einfach ist das. Und dann drei Tage später haben sie mich nach Berlin geschickt. Musste ich da beim Ministerium antanzen, weil mein Vater ja rüber das Ministerium draußen war. Dann haben die versucht, mit mir zu reden und mich zur Vernunft zu bringen. Dann habe ich gesagt, nee, wenn Leistung bei euch nicht zählt, dann halt nicht. Und warum auch immer, kriegte ich dann drei Tage später den Studienplatz. Für Medizin? Nee, für Außenhandel. Für Außenhandel, okay. Für Außenhandel. Und dann habe ich gesagt, warum das denn jetzt? Also ich war dann so richtig bockig eigentlich. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben jetzt den Platz für dich geschaffen. Und du scheinst es ja wirklich zu wollen. Okay. Und dann kam die Wende. Und dann gab es das Studium nicht mehr. Wie wieder das Studium nicht mehr? Ja, durch die Wende gab es ja bestimmte Studienrichtungen dann einfach nicht mehr. Die Hochschule wurde dann im Prinzip, das ganze Studienprogramm wurde alles umgestellt. Und dann gab es diese Studienrichtung einfach nicht mehr. Und dann war das also mein heiß begehrter Studienplatz. Der war dann einfach weg. Wieder mal. Ach krass. Und dann, was hast du damit gemacht? Wie ging es da weiter? Na, ich wusste, um das Studium machen zu können, musste ich in so einer Firma arbeiten, die also mit Außenhandel zu tun hatte, ein Jahr lang in Berlin. Und ich war so froh, dass ich mein Abi geschafft habe. Dann habe ich gesagt, oh ja, super, ein Jahr lang nur arbeiten gehen. Also so weißt du, so arbeiten gehen und abends um fünf Stift fallen lassen und mal nichts tun. So nach zwölf Jahren hatte ich so das Gefühl, jetzt reicht es mal mit Lernen und so. Und dann kam meine Chefin zu mir und sagte, Mensch, du hast doch gerade Abitur gemacht. Hast du nicht Lust, nebenbei noch deinen Facharbeiter zu machen? Ich habe gesagt, wie nebenbei? Das war eine Ausbildung, die dauert zweieinhalb Jahre. Da sagt sie, naja, du hast doch Abitur. Und? Ja, sagst du, du schaffst das auch in einem Jahr. Du sagst, naja, soll ich jetzt hier aber arbeiten oder soll ich jetzt eine Ausbildung machen? Nee, du arbeitest und machst nebenbei die Ausbildung. Und ich sagte, wie stellt ihr euch das vor? Ich sagte, ihr wollt einfach mal nichts lernen. Mal nicht abends sitzen und büffeln und Hausaufgaben und Referate und keine Ahnung was. Und da hat sie gesagt, nee, nee, mach mal. Und da habe ich gesagt, nee, ich mag nicht. Ich mag einfach nicht. Und dann kam mein Papa wieder um die Ecke und hat gesagt, ach Silke, mach es mal. Wer weiß, wofür es gut ist. Und das ist so mein Leitspruch geworden. Wer weiß, wofür es gut ist. Und das war dann so. Ich habe dann also meine Ausbildung angefangen. Dann kam die Wende. Die Lehrer guckten uns an und haben gesagt, ja, wir haben keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Und dann haben die Lehrer im Prinzip nach dem neuen Lehrplan, der halt in Westdeutschland galt für so eine Ausbildung, haben die im Prinzip vorgelernt. Also die haben dann immer sich die Schulbücher besorgt und haben dann Vorbereitungen gemacht und waren also im Prinzip drei, vier Stunden vor uns mit dem Lernen. Und dann haben wir da also einfach nochmal neu angefangen, Weihnachten. Also das halbe Jahr haben wir einfach mal in die Tonne getreten und haben dann im Prinzip am 1. Januar nochmal die westdeutsche Ausbildung gemacht und haben dann ein halbes Jahr lang eine Ausbildung gemacht, die eigentlich für zweieinhalb Jahre vorgesehen war. Also frag lieber nicht. Es war nichts mit abends um fünf nach Hause kommen und Stift fallen lassen. Es waren Nächte, Wochenenden. Ich habe so manches Mal meinen Vater verflucht. Und dann habe ich gesagt, warum mache ich diesen Scheiß hier eigentlich? Wozu? Also ich meine, was soll das? Ich wollte mir so ein schönes Jahr machen. Und dann kommt er. Aber, wie sagt man immer so schön, es war für was gut. Ich hatte einen Abschluss, die Wende kam, Studium gab es nicht mehr. Ich hatte einen Abschluss. Ich war auf einmal nicht mehr ungelernt mit Abitur, wie mein Papa immer so schön sagte. Ja, und dann, das war eigentlich, das ist also eigentlich meine einzige richtige abgeschlossene Ausbildung. Was hast du damit gemacht? Mit dieser abgeschlossenen Ausbildung, bist du in den Bereich reingegangen oder hast du auch wieder was verändert? Nee, ich bin dann da reingegangen. Zufall wollte es, dass mein Bruder bei einer Firma arbeitete. Also nee, das stimmt nicht ganz. Es kam die Wende, es kam die Möglichkeit, auf einmal viele von den Krankenschwestern, medizinisches Personal sind, ich sage mal, in den Westen abgehauen. Auf einmal hatten wir so ein bisschen Notstand und auf einmal riefen sie aus, wer möchte sich ausbilden lassen als Krankenschwester, Physiotherapeuten. Da habe ich gesagt, ich, meine Chance, Medizin, hier bin ich. Und wurde dann auch gleich genommen, habe dann also Physiotherapie angefangen, habe mich da ein Jahr lang, ich hatte so einen Spaß, das war mein Ding, Medizin an sich. Habe also ein Jahr lang Physiotherapie gemacht, habe dann das erste Praktikum gemacht, sechs Wochen und habe da Probleme mit dem Rücken gekriegt, war dann beim Orthopäden und der guckte mich an und sagt, Mädel, damit wirst du nicht glücklich. Das ist körperlich so eine, also letztendlich eine körperlich schwere Arbeit und mit deinem letztendlich kaputten Rücken, was ich zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht wusste, wirst du nicht glücklich werden. Such dir lieber gleich was Neues. Jetzt schulen gerade eh alle um, alles ist sowieso in Umbruch, mach was Neues. Okay. Und dann habe ich im Prinzip, ja, war mein Bruder der Retter an der Not, sage ich jetzt mal, der hat dann gesagt, bei uns wird dringend eine Sekretärin gesucht, du hast doch eine kaufmännische Ausbildung, hast nicht Lust. Und dann bin ich da eingestiegen und dann habe ich eigentlich so als, ja, Sekretärin, Niederlassungsleiterin, Geschäftsleitungsassistent all die Jahre im Prinzip immer mein Ding gemacht und habe den Job geliebt. Also es ist jetzt nicht so, dass es ein Notnagel war oder irgendwas, es war wirklich genau so ein Herzenswunsch, genauso wie die Medizin letztendlich, aber die Medizin hat mich halt nie losgelassen. Das ist immer so dieses, naja, wie es halt so immer drunter ist. Aber ansonsten bin ich in dem Beruf dann geblieben, jahrelang, Spaß dran gehabt, war meins. Und auch bis heute? Jein. Also ich sage mal, ich habe, ich bin letztendlich in eine Firma gerutscht, wo es dann um das Thema Vertragsmanagement ging, große Bauprojekte und so. Und dadurch, dass ich immer lernen wollte, bin ich da auch mit reingerutscht, reingewachsen, habe da meinen Spaß gehabt, viel gelernt und bin also da immer noch jetzt tätig, sage ich mal. Gleichzeitig kam aber dann, ja, ich sage mal, mit der Erkrankung meiner Mutter kam dann so die Zeit, wo ich angefangen habe, war ich viel im Heim. Sie war dann also, sie hatte Parkinson und Demenz, eine absolute Scheißkombi. Musste irgendwann ins Heim, weil mein Papa es nicht mehr geschafft hat. Und dann habe ich sie dort viel besucht und habe dann viel mit ausgeholfen. Einfach, weil ich dann sowieso den ganzen Tag mal da war. Und das hat mir Spaß gemacht. Also dieses Mitmenschen am Menschen. Und da bin ich also, das war einfach so, diese dankbaren Menschen für Kleinigkeiten, für absolute Kleinigkeiten. Wenn du einfach mal gekommen bist und mal bei der Hitze mal einen kalten Waschlappen in den Nacken gelegt hast, damit es mal ein bisschen kühl wurde. Und diese Dankbarkeit für diesen kurzen Moment, wenn sie also selber nicht mehr sich betätigen konnten, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich im Prinzip einen alten Betreuer nebenbei gemacht, also wieder mal Fernschule, weil ich wissen wollte, was ich da tue, wie ich das tue, damit ich da möglichst keine Fehler mache. Ja, und das war, da habe ich gemerkt, da ist ganz viel in mir. Dieses Mitmenschenarbeiten, also dieses Soziale. Da kam das medizinisch-Soziale halt doch wieder durch. Mein neuer Mann hat mich dann im Prinzip immer unterstützt. Er hat gesagt, wenn dir das Spaß macht, mach. Tue, kriegen wir hin, organisieren wir, dass wir irgendwie Freiräume haben. Und da bin ich aufgeblüht. Also da habe ich dann nochmal so einen Schwank gemacht, immer mit ehrenamtlich viel in dieser Richtung. Mitmenschen am Menschen. Das war so meins, ja. So, dass ich also dann, ja, und letztendlich meine eigene Erkrankung dann nochmal in ganz andere Richtung gekriegt habe. Das heißt, du bist dann in die alten Betreuung sozusagen dann reingerutscht, hast da irgendwie deine Leidenschaft dafür gefunden oder irgendwie deine Berufung gefunden. Zu dem Zeitpunkt warst du aber noch gesund. Zu dem Zeitpunkt war, ja, ich noch gesund. Ja, also ich hatte schon das erste Mal einen Schuss von Buk gekriegt, wie man immer so schön sagt. Also ich hatte schon mal eine etwas größere Krise hinter mir. Ich hatte einen sehr schweren Bandscheibenvorfall, wo ich, also ich sag mal, dann auch zeitweise im Rollstuhl saß und also Lähmungen hatte und so weiter. Also richtig heftig. Passiert ist es einfach frühmorgens an meinem freien Tag beim Aufstehen. Ach krass. Also wo man so, also nur beim Aufstehen. Ich habe nichts schwer gehoben oder irgendwas, einfach nur beim Aufstehen. Okay. Und da war ich von jetzt auf gleich, ich sag jetzt mal, gegen so eine Wand gelaufen. Erstens war auf Arbeit, ich habe also locker eine 50-Stunden-Woche gehabt, hatte das Gefühl, gebraucht zu werden, kriegte dort auch meine Anerkennung. Und von jetzt auf gleich liegst du dann zu Hause und kannst gar nichts mehr. Hast Schmerzen ohne Ende. Also ich wurde dann zugedröhnt. Ja, konnte also nur noch von der Couch aus so Anweisungen geben. Ich bräuchte da mal. Man ist auf Hilfe angewiesen, komplett auf Hilfe angewiesen. Und das war, glaube ich, so ein Moment, wo ich viel Zeit hatte, nachzudenken. Ja, hast du das mit dir gemacht, genau. Nachzudenken. Bei was hast du dir nachgedacht in der Zeit? Naja, also es war eine ganz komische Situation, weil in der Firma war gerade umstrukturiert worden. Und ein neuer Chef war gekommen, der war mit seiner eigenen Sekretärin gekommen. Mein Chef hatte die Firma verlassen. Das heißt, es war gerade sowieso so eine eigenartige Situation. Und von jetzt auf gleich fiel ich aus. Das heißt, die andere Sekretärin zu dem neuen Chef musste meine Arbeit machen. Und als ich dann nach drei Monaten wiederkam, ja, konnte sie natürlich alles. Logischerweise. Sie hat zwar ab und zu mal angerufen, damit sie so ein Hinweis kriegte, aber letztendlich hat sie ihn komplett meine Stelle übernommen. Und auf einmal war dieses, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann, es war so meine Lebensaufgabe oder der Sinn war irgendwie weg. Weil ich habe jahrelang, ich weiß nicht, 15 Jahre lang diesen Job gehabt. Und durch diese Krankheit war ich sowieso erst mal dieses, alles war in Frage gestellt. Kann ich jemals wieder laufen? Kann ich wieder arbeiten? Wie wird das überhaupt? Und dann hat man auf einmal gemerkt, man ist ersetzbar. Das tat, glaube ich, irgendwie weh. Also so diese Erkenntnis, weil man so für diesen Job ja auch gebrannt hat. Ja, ja. Damals noch im Angestelltenverhältnis. Und dann war man auf einmal ersetzbar. Und irgendwie war das komisch. Also da hatte ich mal so ein, ja, eine ziemliche Krise, sage ich jetzt mal. Und irgendwo habe ich mir immer gesagt, ey, für irgendwas muss das doch gut sein. Wer weiß, wofür das gut ist. Zu dem Zeitpunkt habe ich... Dein Leitspruch, ne? Ich glaube, das ist so wirklich, wenn ich jetzt auch so merke, ja, es ist, glaube ich, so mein Leitspruch. Das ist schon die Frage, die am Schluss noch kommen wird. Aber ja, ja. Ja, und das war dann, also das ging dann eins nach dem anderen. Und irgendwie fühlte ich mich da nicht mehr so richtig in der Firma. Und mein neuer Mann brauchte zu dem Zeitpunkt, da haben wir gesagt, okay, weißt du was. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich gebe das jetzt hier auf. Und wir machen das anders. Wir machen das jetzt beide zusammen. Und ja, und dann habe ich im Prinzip damals dann innerhalb von 14 Tagen mein Haus verkauft. Mein Job gekündigt. Bin dann zu meinem neuen Mann gezogen mit den Kindern. Ja, und das Leben fing nochmal wieder neu an. Also es hatte was Gutes. Weil diese Krise, dieses drüber nachdenken, was will ich eigentlich? Oder was mache ich hier? Und was habe ich überhaupt die ganzen Jahre gemacht? Die man halt so, ja, man hat halt funktioniert an vielen Stellen. Das gebe ich ehrlich zu. Also da war Amsterrad vom Feinsten, glaube ich. Ja, und diese Krise ist aktuell immer noch dein Bandscheibenvorfall, den du hattest, der dich sozusagen immobil gemacht hat. Nee, das ist soweit alles wieder. Über Jahre hat sich das... Ich meine, was du gerade gesagt hast, die Krise, die etwas Gutes hat, ist ja, die Aussage baut ja zunächst mal zu dem Zeitpunkt auf die Krise, die du hattest, diese orthopädische Krise im Prinzip. Die Frage, die man sich stellt, sagst du das heute auch immer noch, mit einem Tumor. Da kommen wir gleich mal drauf zurück, für dich da draußen, wenn du gerade zuschaust. Wir kommen gleich mal drauf zurück. Lass uns mal langsam in die Richtung gehen. Diagnose. NET-Tumor. Neuroendokriner-Tumor. Wie kam es zu dieser Diagnose? Was für ein Leben hattest du zu dem Zeitpunkt? Wo standest du? Wie kam es? Ich hatte zu dem Zeitpunkt ein schönes Leben. Ein gutes Leben. Aus meiner Sicht auch ein selbstbestimmtes Leben. Also aus meiner Sicht hatte ich alles richtig gemacht. Wir hatten... Ich hatte dazwischendurch nochmal so einen anderen Schuss vom Buch. Da hatte ich also mit der Schilddrüse zu tun. Da stand mal für sechs Wochen das Thema Schilddrüsenkrebs im Raum. Und das war der Moment, wo mir der Arsch auf Grundeis ging. Also wo ich gemerkt habe, schade, hier läuft was total schief. Soll es das jetzt gewesen sein? Das war 2017. Und da habe ich dann damals gesagt, vielleicht weißt du, wenn ich aus dieser Nummer hier lebend rauskomme, dann will ich nicht mehr so wie bisher. Bin ich. Genau. Und das war so dieser richtige Schuss von Buch. Das Blöde war, dass zeitgleich zu meinem Verdachtsdiagnose eine gute Freundin von uns ihre Krebsdiagnose bekommen hatte. Lungenkrebs mit Lebermetastasen. Und an dem Tag, wo bei mir der Radiologe ein MRT gemacht hatte von der Schilddrüse und gesagt hat, egal was Ihnen die Ärzte sagen, ich gehe davon aus, Sie kommen hier mit einem blauen Auge davon. Und da habe ich gesagt, wie jetzt, alle sagen, das sieht total kacke aus. Und da sagt er, ja, stimmt, aber nein, ich glaube, Sie haben echt eine Chance, dass es kein Krebs ist. Und dann haben mein Mann und ich uns angeguckt und haben gesagt, wie jetzt, wie eine Chance. Also das war so unfassbar. Und wir haben uns so gefreut. Und er sagt, warten Sie ab, bis Sie operiert sind, aber ich glaube, das geht alles gut. Und dann sind wir raus und haben das Handy angeschaltet, um die Kinder zu informieren. Leute, es gibt gute Nachrichten, es gibt Hoffnung am Horizont. Und die erste Nachricht, die reinkommt, ist, unsere Freundin war gerade eingeschlafen. Genau in dem Moment, wo wir also die gute Nachricht hatten, war sie gerade gestorben. Und wir wussten gar nicht, ob wir eigentlich räumen oder lachen sollten. Das war so ein... Also sie hatte innerhalb von diesen fünf Wochen zwischen Diagnose und Tod. Und gleichzeitig hieß es bei mir, ich bin vielleicht nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Und da ist, glaube ich, ganz, ganz viel passiert. Also bei mir ganz viel passiert, klar, bei meinem Mann auch. Und dann bin ich nach Hause gegangen damals und habe gesagt, weißt du, wenn das wirklich alles gut wird, dann will ich das anders machen, dann will ich das so nicht mehr. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Und dann haben wir im Prinzip, habe ich gesagt, ich will, dass wir das Haus verkaufen. Ich will, dass wir jetzt das machen, was wir schon immer machen wollten. Sprich, lass uns ins Wohnmobil ziehen. Also wir waren vorher immer schon einen Monat oder Wochen lang immer mal mit dem Wohnmobil unterwegs. Und das war so, ja, weiß ich nicht, so leicht, so befreiend, Freiheit halt. Und dann habe ich gesagt, wenn ich das überstehe, dann verkaufen wir alles. Und dann hauen wir ab. Und mein Mann hat gesagt, ja, also wegen mir, ich warte ja nur auf dich. Also der wäre schon vorher vorgegangen, sage ich mal, aber ich war immer noch nicht so weit. Und dann war ich eigentlich so weit. Und dann kam es auch so. Also die Diagnose hatte sich dann nicht bestätigt nach der Operation. Ich konnte also aufatmen. Und ich habe gesagt, aber jetzt mache ich keinen Rückzieher mehr. Jetzt ziehen wir das durch. Und dann haben wir wirklich verkauft alles, verschenkt, was weiß ich, den Kindern mitgegeben. Und sind dann im Prinzip im September 2017 ins Wohnmobil gezogen. Haben den Schlüssel an den Makler gegeben, haben gesagt, hier, verkauf die Hütte. Und sind losgezogen. Haben im Prinzip, wir haben vorher sowieso schon im Homeoffice gearbeitet. Also war sowieso kein Thema. Und dann hat er das Homeoffice halt Räder gekriegt. Ja gut, dann war das halt so. Also von der Seite her, wir haben eigentlich schon unser Leben gelebt. Also so, wie wir das wollten. Weil wir haben gesagt, worauf sollen wir denn noch warten? Also ich meine, wie schnell kann es gehen? Wir haben es ja erlebt. Und deshalb waren wir eigentlich, wusste ich eigentlich gar nicht, woher es auf einmal kam. So dieser nächste Schlag ins Gesicht, sage ich jetzt mal. Bevor wir darauf eingehen. Gerade das Thema im Wohnmobil ziehen und drin leben ist ein Thema für sich, wo ich auch dazu ganz viele Fragen hätte. Und vermutlich die, die gerade zuhören oder zuschauen auch. Doch in diese Thematik werden wir jetzt nicht reingehen. Wenn du da draußen gerade zuhörst oder zuschaust und gerade Fragen dazu hast, nimm doch sehr gerne mit Silke Kontakt auf. Du findest unten in der YouTube-Beschreibung oder in den Shownotes alles zu Silke. Also ihren Link zu Instagram und Co. etc. Und ich vermute, Silke, du nimmst dir gerne Zeit, um ein bisschen was zu erzählen. Das ist überhaupt kein Thema, klar. Genau. Von daher, lass uns da genau darauf zurückkommen. Eigentlich war alles toll. Eigentlich war alles toll. Genauso. Es war wirklich eigentlich alles toll. Wir sind eigentlich im Winter immer mit dem Wohnmobil in den Süden gefahren, Richtung Portugal. Und immer bevor wir gefahren sind, ich sag mal, die normalen Check-Ups gemacht. Du warst nochmal beim Zahnarzt und du warst, ich sag mal, nochmal beim Frauenarzt. Also so eine Sache. Und so war ich halt auch beim Frauenarzt und der stellte dann, hat mich untersucht, ganz normal Vorsorge gemacht. Fragte mich noch, sagt er, Ultraschall wird von der Kasse nicht bezahlt, ob ich das haben möchte. Sag ich, na, wozu bin ich sonst hier? Also wenn, dann will ich es wissen. Ansonsten brauche ich auch nicht zur Vorsorge gehen. Und dann bei der Vorsorge, also bei dieser Ultraschalluntersuchung, schluckte er auf einmal und sagte, ups, was ist denn da? Und stellte also eine, ja, für ihn vermeintliche Zyste am Eierstock fest. Und, aber mir kam dieses, diese Aussage von dem Arzt, die kannte ich noch von vier Jahren vorher, wo das mit meiner Schilddrüse war, ups, was ist denn das? Und also ich habe, in dem Moment liefen Filme ab und habe ich gesagt, Mann, das kann nicht sein, warum schon, nee, das will ich, können wir das irgendwie einfach, will ich nicht. Dann hat er gesagt, ja, ganz ruhig bleiben, wir machen jetzt mal eine Blutuntersuchung und gucken uns mal die Tumormarker an. Nur für den Fall der Fälle, es sieht überhaupt nicht danach aus, sieht aus wie eine Zyste, aber eigentlich eher ungewöhnlich. Gut, dann hat er mich dann noch am nächsten Tag angerufen, hat gesagt, Tumormarker sind alle in Ordnung, aber sie sind nicht in den Wechseljahren. Da sage ich, wie, bin ich in den Wechseljahren? Ich war doch in den Wechseljahren, wie kann ich denn jetzt nicht mehr drin sein? Ja, das weiß er auch noch nicht, aber die Dinger sagen eindeutig, also die Blutwerte sagen, sie sind nicht mehr in den Wechseljahren. Ich hatte aber zwei Jahre vorher Blutwerte ihm auch gezeigt, sage ich, hier, ist das Wechsel? Dann sagt er, sie waren in den Wechseljahren. Okay, dann war ich acht Wochen später, hat er gesagt, gucken wir uns das einfach an, die Zyste müsste sich zurückbilden, aufgrund von Zyklos, bla bla bla. Und dann gucken wir einfach nochmal. Dann haben wir also im Prinzip unsere Abreise verschoben, damit ich im Prinzip nochmal zum Arzt gehen konnte. Und dann hat er geguckt, hat er gesagt, die ist nicht weg. Sie ist größer geworden. Irgendwie versteht er das nicht. Dann habe ich gesagt, das finde ich jetzt alles ein bisschen Respekt. Und er hat auch dann selber gesagt, er fühlt sich jetzt ein bisschen unsicher, weil so hat er das auch noch nicht erlebt. Und er würde mich jetzt im Prinzip an so eine Klinik überweisen für Frauensache. Und da sollen die sich das einfach mal angucken. Vielleicht haben die da mal jemanden, der einen Blick drauf wirft. Also auch dort einen Termin gemacht. Und bevor ich aber dort den Termin hatte, habe ich einen befreundeten Arzt angerufen, habe ihm die Bilder gezeigt, war bei ihm, habe gesagt, du, der war also so Krebsspezialist für Frauen, Krebsleiden. Sag ich, guckst du dir das mal an? Sag ich, kannst du mir da irgendwie? Sag dann, nee. Sag dann, nee. Das hat er so noch nie gesehen. Das sieht nicht wie Krebs aus. Also das ist komisch, sieht es aus, ja. Aber nee, Krebs ist da nicht. Also hatte ich schon mal zwei Ärzte, die gesagt haben, nee. Und Tumormarke sind ja auch nicht. Und dann war ich in dieser Frauenklinik und die Ärztin meinte, ach, das ist eine Zyste und ja, das passiert schon mal und so. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich habe immer darauf keinen Bock. Sag ich, jetzt warte ich hier von Woche zu Woche zu Woche und das Ding wächst. Sag ich, können wir das nicht einfach wegmachen? Ich meine, irgendwie, naja, sagt sie, wenn sie der Meinung sind, dann können wir da ja mal reingucken und notfalls auch die Zyste entfernen. Da habe ich gesagt, ja, ich bitte drum. Und dann sagt sie, naja, gut, das war nämlich dringend, also machen wir nach Weihnachten. Die Termine für Weihnachten, die lassen wir mal für die, die so mit dringenden, ja, Krebsverdachtsgeschichten und so weiter kommen. Dann habe ich gesagt, das ist in Ordnung, aber es muss raus. Ich will das nicht mehr und ich habe einfach Angst, dass da was anderes ist. Und so bin ich dann im Januar 20 eigentlich in die Klinik gegangen mit der Maßgabe, die nehme die Zyste raus. Und während der paar Wochen, sag ich mal, zwischen dem Frauenklinikbesuch und der OP, habe ich aber gemerkt, dass die irgendwie gewachsen sein muss. Ich bin gelaufen wie schwanger. Also das war einfach so, weiß ich nicht. Also ich habe gemerkt, da stimmt was nicht. Dass die also immer größer wurde. Und als ich dann im Prinzip operiert wurde, haben sie auch gesagt, es war im Prinzip dann schon Kindskopf groß. Was natürlich dann auf die Blase gedrückt hat und überall gedrückt hat und Schmerzen gemacht hat. Sodass es also wirklich höchste Eisenbahn war, dass die rausgenommen wurde. Und nach der OP, ja, brauchte ich also drei Tage, bis mal irgendein Arzt da war, der mir dann sagen konnte, ja, also eine Zyste ist es nicht. Wir wissen aber nicht, was es ist. Ich sage, wie jetzt? Zyste ist es nicht und ihr wisst nicht, was. Die Tumormarker sind doch alle okay. Und ja, und dann haben sie gesagt, ja, das stimmt, aber sie haben keinen Plan. Sie wissen nicht, was es ist. Sie haben auch keine Vermutung momentan. Die Pathologie ist jetzt dran und die soll mal rausfinden, was das ist. Ja, und dann hat es, ich sage mal, glücklicherweise letztendlich nur eine Woche. Ich bin also eigentlich zu dieser OP nur von Portugal im Prinzip nach Deutschland geflogen. Bin also wieder zurück. Und dann habe ich im Prinzip am Tag nach meinem Geburtstag, wo ich also mit meiner Freundin noch zusammen saß, wir haben gefrühstückt, klingelte dann das Telefon. Und da war dann die Klinik aus Düsseldorf dran. Und meinte dann, wir wissen, was es ist. Sag ich, okay, was ist es? Sie haben Krebs. Ich denke, alle Tumormarker sind in Ordnung wie Krebs. Sagt sie, ja, es ist ein neuroendokriner Tumor. Mehr kann ich Ihnen auch noch nicht sagen. Das ist das, was wir gerade von der Pathologie reingekriegt haben. Sagt sie, wir haben schon alles vorbereitet. Sagt sie, können Sie am Freitag, also drei Tage später wieder hier sein. Und wir würden im Prinzip alle möglichen Tests dann laufen, weil wir wissen müssen, was das ist, wo noch was ist. Wir brauchen CT und was weiß ich von Ihnen. Ja, und damit ging dann die Odyssey eigentlich los. Was ging Ihnen durch den Kopf, als du das gehört hast? Ich war fassungslos. Also man sagt ja immer, es reißt dir den Boden unter den Füßen weg. Und das ist, glaube ich, die einzige Beschreibung, die man dazu haben kann. Weil irgendwie haben mir ja drei Ärzte vorher bestätigt, da ist nichts. Also es ist eine Zyste. Und die Tumormarker sind in Ordnung. Also irgendwie, ich sage mal, ich hatte ja auch die Zeit davor immer irgendwie Beschwerden. Und egal, was ich hatte, war immer, ja, das ist das und das ist das und das ist das. Also es gab immer eine Erklärung. Und wo plötzlich hatte das alles irgendwie einen Namen gekriegt. Auf einmal war es dann doch Krebs. Und das war Teil 1 dieses Podcast-Interviews mit der wunderbaren Silke Guters. Wenn dir das gerade gefallen hat, dann lass doch mal schon mal einen Daumen hier oder gib uns eine gute Bewertung ab. Folge 2 wirst du in der nächsten Podcast-Folge bekommen und reinhören dürfen. Von daher, wenn du informiert werden möchtest, dann auf jeden Fall jetzt sofort abonnieren oder dir eine Erinnerung im Kalender reinsetzen, damit du dann mit dabei bist, wenn Folge 2 veröffentlicht wird. Denn da wird es um das Thema gehen. Was ist NET? Was hat Silke mit dieser Diagnose gemacht? Wo will sie in Zukunft hin? Wo steht sie denn heute? Was ist ihr Geheimnis mentaler Stärke? Und ja, was hat das Leben sie gelehrt? Diese zweite Folge wird auch sehr emotional. Sie wird sehr tief gehen und sehr tiefsinnig sein. Also freu dich drauf auf eine wunderbare zweite Folge. Alles Liebe dir. Dein Marc, Marc Chapoutier, alias Knochen Marc, zu diesem Podcast Das Leben lehrt.